Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Alls15, der Alps-Forscht-Projekt. Jetzt zusammen mit dem Werner, dem Dino und dem Freezy. Hallo, hallo. Hast du jetzt Wurst oder Forst gesagt? Wurst, Forst-Projekt. Wurst-Projekt wäre auch gar nicht mal so schlecht. Dann bräuchten wir so einen Lebensmittelproduktions-Simulator. Ja, jetzt hatte ich bestimmte Wig. Ja, so, es gibt doch genug. Man bräuchte einfach nur eine Map. Nee, ich meine so einen Extra-Simulator dafür. Wo ich gehe, hat sie gehört, ich mache was draus. Bin ja, oh, jetzt haben wir zu tun, die Bergziege. Gerade. Wo ist die Forderung? Ja, ich würde es gerade sagen, scheiße. Ich habe schon gedacht, warum nichts lenkt. Wir haben ja, wir kennen ja auch so den einen oder anderen Modder, ne? Von der einen oder anderen wirklich sehr, sehr guten Map. Und wir haben ja auch schon so ein paar Wünsche geäußert. Und ich hoffe mal, dass wir da echt für den 17er, dass wir da relativ schnell was anstatt bekommen. Warte mal, ich kann den ein bisschen hochschieben für Sie. Wir haben nämlich so gesagt, was richtig... Fahr mal zurück. Ich kann ihn doch so greifen. Ach so, na gut, wenn das reicht. Ja. Wendy ist hier bumm in das Ding. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht relativ schnell ein Forst-Map bekommen und eine... So eine Hostalgie-Map. Ah. Aber für den 17er schon, meinst du, ne? Ja. Okay. Also keine Ahnung, ob es es schaffen, umzusetzen in der Kürze, da wird sie. Aber, na ja. Ich würde ganz gerne tauschen wollen. Du möchtest tauschen? Ja. Aber fahren auch wieder zurück, ja. Dann gehen die Bergziege oder was weiß ich, keine Ahnung und... Stopp, 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 stopp. Warte, ich übernehme direkt. Ich übernehme, ne? Aber das mit den Baumstumpfen ist auch eine Angelegenheit für sich, ne? Man kann funktionieren, man kann funktionieren nicht. Du das jetzt? Mein Job? Ja. Übrigens, dein Trecker ist gleich leer. Alles klar. Tino 2. Ne? Ja, warte, ich muss hier ein bisschen aufmachen vorne. Ich überleg noch gerade, wie es geht. Hey, 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 hey. Nicht drücken. Ich drücke ja gar nicht. Ah, jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt. Noch ein paar Bäume fällen. Was will er denn? Er will noch nicht. Du musst ja den Haken vorne nicht auf. Oh, jetzt, ja. Ne, 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 Freezy. Ne. Ben? Das ist dein Job. Da kann ich nicht. Da, nee. Diese ganzen Stämme hier, die hier, das sind Deko-Stämme. Die kriegt man nicht weg. Ja, ich habe sie alle probiert, danke. Ah, das sagt mir in jeder Aufnahme-Session. Ah, das ist... So, schnauze voll hier. Die vier hast du ja eigentlich erwischt. Da ist ja alle weg. Da hinten habe ich ein paar. Das war ein kleines Erfolgserlebnis, aber das war es auch schon. Wir bräuchten ein neues Forstmaterial hier zum Hexeln. Ja, das ist kein Problem. Ich hole da mal was. Ja, genau. Hier die Ecke, ne? Wie sie, hier macht ein Skinner scharf. Äh, die Falle nach rechts hast du gesagt, ne? Links. Äh, nein, immer nach links. Nach links. Von dir aus gesehen nach links. Oh, warte mal. Der fällt nicht um hier. Ja, Push-Mod. Achso, ja, stimmt. Äh, Achtung. Du hast den Helm auf, ne? Ehe auch. Äh, tops. Whee! Oh. So. Wie sie ist ein bisschen anspruchsvoller hier, der eine. Ah. Der backt ein bisschen rum. Hui. Ach du Scheiße, wie soll ich... Hör auf, warum zu heulen? Du wolltest was anders machen, also stell dich nicht so an, du Mädchen, ey. Mann. Mich hat auch keiner gefragt. Achtung. Jo, kannst du mitnehmen. Was macht der denn da? War ein Mordanschlag auf dich. Ich wollte... Äh, ja, danke. Ich wollte... Hallo! Ja, wie kriege ich den jetzt hier ab? Ich wollte den da an dem Baum so abstreifen, weißt du? Ja, du hast den genau so... Oh, Leute. Das ist der Hammer. Wenn man es schon hört, er wollte ihn am Baum abstreifen. Hast du das? Dann gibt's Füße den Skitter und das war's. Aus neues Gerät. Moment, 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 Moment. Ich dreh dir... Moment, Moment. Was ist denn hier los? Wir machen das. Wir machen das. Ich bin gespannt. Ähm. Ähm. Wo ist denn Randy? Siehst du mich nicht? Ich bin dann aus hier. Wo ist denn Werner? What? Naja, sind's wieder Server-D-Sings wie immer. Werner... Werner sehe ich auch nicht. Tja, stimmt. Ich hab den magischen Mantel wieder an. Hm. Ja, aber Freezy, du könntest dich umdrehen und den Baum einfach ein bisschen wegschieben mit deinem wunderschönen Frontlader zum Beispiel. Oh. Wohin? Freezy ist schon rustikal unterwegs, ne? Aber vor allen Dingen... Wohin? Wohin? Dahin, wo er nicht stört! Wohin? Freezy One! Ich denke, es gibt nur einen wahren King. Er ist heute nicht ganz fit. Ich merke das schon! Was ist denn passiert? Nix. Die Freundin ist ja zu doll, oder was? Äh. Nö. Ja, sehr gut. Ja, läuft, 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 läuft. Nice. So. Ach, nee. Was ist los, wenn... Kennst du das Problem, wenn du kein Haus verboten im Kopfkino hast? Das ist schlimm. Was, wenn du was? Wenn du kein Haus verboten im Kopfkino hast. Das ist schlimm. Ich will das mit dem kein Haus verboten nicht. Hätte ich Haus verboten gehabt, hätte ich mir das gerade nicht bildlich vorgestellt, was du gesagt hast. Wenn du da noch einen schönen Batman-Bezug hast. Oh Gott. Ich werde nicht sagen, ne? Aber ich habe ja in meinem Herrenzimmer drei Fliegen. Ich habe nicht dran gefangen. Ja? Und ich habe ja so einen Teilaufgang. Kennt ihr das, was du von der Decke hängst? Ja. Und hier so Kleber gedänzt. So ein... So ein... Ähm... Moment. Eine Fliegenkleber, oder? Keine Ahnung, aber das habe ich noch nie im Regal gesehen. Äh, ich kaufe immer den Kleber. Ne, Kleber. Aber... Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, naja, gut, die Fliegen stören, hängst du so ein Ding mal auf, auch wenn es nicht schön ist, sieht ja keiner. Ähm, jetzt ist aber das Problem, dass die Fliegen seit zwei Tagen da drumherum fliegen. Ach, sind intelligent. Also einer hat es erwischt, aber die anderen zwei irgendwie nicht. Und das stört mich ein bisschen. Ja. Aber ich habe ja hier noch so eine Sonne, die stehen zum Ausleuchten. Manus? Die gehen ja anders nicht. Fleecy bekommt man Blutdruck. Ja, aber weißt du was das ist? Das Problem ist, dass mich eine Fliege aus der Softbox, das also aus dem Inneren der Softbox anguckt. Ne, dann durfte ich ja auch irgendwann mal drauf gehen bei der Hitze. Äh, ja. Ich hatte das auch gehabt, ich hatte hier auch eine, ne, eine hatte ich gehabt. Die wurde von Tag zu Tag aggressiver und jetzt ist sie verrückt. Was heißt ein aggressiver? Naja. Du bist geschlagen, wurde geschlafen. Ja, ne, aber die wurde, ja, 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 ja. Ja, ne, das merkst du doch halt, wenn die dann käsen, käseaufen, geht gar nichts zusammen, dann werden die irgendwann aggressiver und irgendwann verrückt. Ja, ne, das ist, ich weiß nicht, die normale Fliege, ne, die setzt sich irgendwo auf deine Hand, isst ein bisschen, ne, und dann kriegst du wieder weg. Ja, ja, ja. So, die richtigen Killer, Killerfliegen, die liegen dir ins Ohr, die fliegen dir ins Auge, die machen alles. Ja, die war halt, die waren halt auch, ja, die war halt auch immer so, ne, so ein bisschen angetatschelt und überall da geh ich in den Bildschirm und alles. Da ist mir die Kuscheln. Naja, hatte ich noch keinen Bock drauf. Und die Fliege wäre es auch liebebedürftig. Ja, dann war sie immer an meiner schönen Red Bulldose und hab schon immer ein bisschen. Da war doch Spaß vorbei, oder? Da war doch Spaß vorbei. Da hab ich schon mal ein bisschen Rauch dahin geblasen, da ist sie immer weggegangen. Ich glaube, die ist irgendwann an den Rauch geverreckt. Du rauchst? Naja, der Dampf halt. Du dampfst? Ja, ja, ich dampf, stell dir vor. Ungesund, ja? Das sagst du, aber ich, 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 ich drehe das mal rum, wie du das immer sagst. Es gibt ja keine Langzeitstudien. Also, keiner von uns weiß, ob das im Laufe der Jahre nur gut oder schlecht ist. Aber du als erfolgreicher Rauch, wie nennt man das? Nicht Raucher? Eh, ehmaliger Raucher, Ex-Raucher, so rum. Äh, ja, du kannst der, der nachfolgenden Generation vieles schildern. Auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass Rauchen schädlich ist. Oho. Das ist so schlimm. Rauchen ist nicht gut, oder wahr? Da hat die Rauchindustrie immer was anderes. Nicht mehr. Du hast, äh, du hast auch mal geraucht? Ja, seit Anfang des Jahres nicht mehr. Oh, da haben wir was gemeinsam, Werner. Aber, ganz ehrlich, das ist eigentlich nur eine Kopfsache. Ich gucke euch das an, was er da gemacht hat. Natürlich kannst du dir da, äh, weiß nicht, Pflaster kaufen und Sprays und das, und hast du nicht gesehen. Macht ihr da unten ein? Ey, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Was wir da machen, kann ich dir sagen. Ähm, Freezy kriegt nix auf die Kette, gibt mir den, äh, äh, gibt mir jetzt den Traktor und sagt, mach mal. Und, äh, hat den Baumstamm aber hier in die unmöglichste Position wiedergelegt. So, dass man, äh. Sehr gut halt. Ich würde dir jetzt sagen, Randy stand da, ne, und hat's gesehen, aber der steht ja eh immer auf deiner Seite. Und das warst du selber. Das war ich du selber. Ich stehe immer auf Tinos Seite? Okay. Das ist mir aber auch neu. Hm. Eigentlich sind wir immer zugegengesetzt in Richtung, aber wieder was dazu gelernt. Haasie, Bubzieschnut. Haasie, Bubzieschnut. Aber nö, aber. Alle Entdeckungen, ich komme. Ja, aber nö, das ist ja schon richtig. Das ist, mehr wie, mehr, mehr wie Kopf ist es ja nie. Weil ne wirkliche Sucht kannst du ja davon nicht. Ja. Also körperlich im Sinne. Es ist, ähm, man muss es so sehen. Also als Raucher hast du ja, wenn du jetzt so aufhörst, es ist ja nicht so, wie wenn du Drogen-Junkie bist, dass du so einen harten körperlichen Entzug hast. Äh, ähm, also der so richtig auf die Substanz geht, wo es sich körperlich so komplett, ähm, weißt du? Ja, das hast du ja beim Rauchen nicht. Beim Rauchen ist es eher der, ähm, äh, Werner? Ja. Der gerade hier. Ja, der Mutti. Moment mal. Ähm, Mutti? Ja, das Team. Wollt ihr mal links den Baum da wegfällen? Ja. Ach, Werner, bietest du dir Hilfe an, wenn ich weiterkommt, oder was? Hä? Mann. Ihr schneidet mal alles um hier, das, äh. Ich bin gerade eine sehr verzwickte Situation. Ja, schneid den mal weg, dann nehm ich den nämlich gleich mit. Ich hab auch den falschen Trecker dafür. Au. Der Kleine? Also, der aus dem Billen-Medium-Akkas-Liff. Boah, der kippt. Oh, lol. Wie er es wieder hingekriegt hat, ich frag mich, echt. Ey, das ist ungleich. Du hältst die Schnauze heute. Ich stand hier genau da, hab links gesägt, der ist rechts umgekippt. Guck mal hier, der Werner kann das. Ach nee, Wendy war das. Das hat Wendy geschnitten. Na, guck mal, da halten die zwei wieder zusammen, die Hammel. Sag mal, erklär mir mal, ich hab ja schon viele Beleidigungen gehört und Bezeichnungen für Spasti. Aber was zur Hölle soll ein Hammel sein? Ein Hammel-Koteletter oder was? Ja. Ich verstehe das auch nicht. Wir haben auch einen bei uns dabei, der, 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 sein, sein neuestes Schimpfwort ist Otto. Bist du Otto oder was? Ja, das ist aber auch schon ural, das kommt ja immer von, haben wir Peps. Aber wo, wo, wo kommt das her? Du bist Otto, was, ich weiß es nicht. Äh, ne, ich glaube, das war damals so ein Video, zwei Bekloppte. Äh, es musste halt einmal bei YouTube eingehen, haben wir noch Peps dabei. Okay. Und das sind so zwei, das ist ein Dialog für Bekloppte, das ist auf Deutsch übersetzt. Äh, da ging es halt irgendwie darum, naja, ist schon ein bisschen Otto geworden. Komm, Werner, ich räume dir den jetzt hier ein bisschen gleich in Ordentlichen hin. Äh, Tino, wirst du für eine Minute aussteigen, nur ganz, ganz kurz. Ich will den Baum haben da oben. Den will ich haben. Welchen denn? Welchen Baum? Siehst du, guck mal, ganz nach oben. LOL. Was macht der denn da? Ich hab keine Ahnung. Hä? Der ist aber Null. Haha. Wow. Ähm. Na gut. Ach so, ja. Ja, das ist, kennst du, Harry Potter und der Stein der Weisen, das ist der Baum der Weisen. Ah. Ich würde das gern in Minecraft so Blöcke für Blöcke hochbauen, um mich da hochzuarbeiten. Ich glaube einfach, das war so ein Magic Baum, der abgesägt worden ist und dann ist er hochgeploppt. Kann sein. Ja, komm, pack den vorne an hier. Das kann sein. Nein. So, äh, jetzt bräuchten wir mal wieder den Dings hier, den Steyr, äh, ein bisschen, äh, wegen der Aufladerei. Alles klar. Randy? Ja. Reicht der Arm nicht oder wo ist das Problem? Äh, achso, andere Seite. Mai, oh, Mai. So, kriegst du den, ja, ne? Ja, ja, musst du noch grad mal eine ideale Stelle finden. So. Das kann ja, Werner kann ja auch ein bisschen rumschieben, oder? Klar. Mal hier, kriegst du sogar, kriegst du ein, auf dem Silbertablett kriegst du ihn geliefert. Ja, ich weiß noch nicht, ob das Stückchen zu lang ist, im Notfall, oh mein Gott. Mach mal hier ab hinten und fahr mal weg. Was ich, ich fahr ein Stückchen zurück, dann sollte er nicht vorne zu dir gehen. Oh ja, der Plan war gut, aber die Ausführung nicht. Hm, na, ich bin schon voll ausgefahren. Bitte? Nix. Bleib hier. Sehen schon, was du machen kannst. Du kannst mal komplett drehen, dass wir einen Arsch am hinten vorne. Weil, mit der Spitze wird das nicht. Das erkennen wir nicht. Der Spitze, okay. Äh, das heißt, Moment mal. Einfach so nehmen oder rückwärts und eh mal drehen und dann lasse ich den los. Hat er sich ausgerollt? Ich hab ihn. Okay. Wir wollen dann einfach mal rückwärts fahren. Ich halte mal so lange noch, wie es geht. Vorsicht. Irgendwer hat das Postauto hingestellt. Ich komm nicht vom Fleck. Ich frage mich, was die Post hier will. Ja, ich weiß das auch nicht. Kann ich nicht andersrum? Äh, nee, warte mal. Ich fahr einfach mal das Postauto weg. Oder? Moment. Wir sind durch. Geht das? Ja, gerade so, ne? Aber gerade so. So, na dann, meine Freunde. Wünsche ich euch viel Spaß beim Abmässeln. Äh, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Alles in der Videobeschreibung. Bis dann, Haut der Renne. Peace and out. Tschüss, tschüss.